scheiße wir haben kein oxygen mehr hier muss schnell zu sie alles alle das reicht noch alles gut alles gut ich muss ja sagen die nacht ist schon echt geil wenn es nacht wird dann ist es richtig so ein bisschen nervenkitzel ich schon den container so in zander zander ausgang die geräusche die die viecher machen sind auch nicht mehr feierlich da war ich doch noch nicht dran oder fragen mich immer was machen die spielehersteller wenn die irgend so einen sound brauchen stellen die die selber her oder oder wie sieht das aus keine ahnung das ist gut er weiß wie geil dass er mit diesem diesen rauch gleich ein halb steifen von locker gefühle bei kriegst du locker gefühle weil das muss man hier reinkommen wenn ich hier durchläuft das ist so episch so ein bisschen star wars gleich so auf jeden fall auf jeden fall ein bisschen mann wie kann ich den namen vergessen da die große kugel da der todesstern ja der todesstern so ein bisschen so von der größe ja 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 gut das ist halt als planet so mäßig ja und das ist ja nun mal mehr eine base geben ja so ein stern zerstörer ja genau so was auch sie das kopf das ist zwar leer aber die 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 umsicht von dem cockpit ist sieht so nice aus weiß gar nicht warum hier wie gesagt man müsste das mal eigentlich bisschen flicken und außen sand ausgraben und bla 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 den generator brauchen wir nicht mehr du brauchst den links den den konstruktor ja wir haben generator hier drinne gehabt das harley david monster zwei stück davon diese tentakel monster weiß mal konstruktor den brauchen wir zwei computer bla 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 weißt du was ich alles mal hier rein was wir gefunden haben wo du vor was los was alles gleich ein paar pecker läuft gerade ja mein problem ist ich muss zu dir zurückkommen ich habe nämlich wenig luft und fast gar kein food mehr da wir hier haben heides bier komm mal in deine richtung ein bisschen ausländisch zu reden ja so vielleicht kann ich jetzt den schon kraft ja zwar konstruktor ist in bearbeitung pecker einmal frei ich komme jetzt mal zu dir nach hause ich brauche wieder haben wir luft noch da ja haben noch sehr sehr viel luft da wenn mich und ich ganz ja auch gleich noch bei der jetzt habe ich schon mal vorbeigehen korndocks findest du recht viele am see entlang ja ich sehe aber nicht mehr viel und ich weiß nicht wenn der monster ist ich komme ich komme dir entgegen mein bild ist schon sehr verzogen hast du schon kein oxygen mehr wie kein hunger mehr er kann wenn ein essen dann frisst was am see ja ich weiß wie gesagt ich kann also ich finde der food balken geht ein bisschen allzu schnell runter muss ich ganz ehrlich sagen also die haben irgendwas rein gepatcht dass man quasi beim beim food essen dass es irgendein food gibt was was so so ein bisschen schneller hoch den ball bin voll ich kann nichts mehr mitnehmen hast du jetzt gefressen ja gar nichts ich kann nichts mehr aufnehmen doch da hier ich sehe dich ja bist so weit weg geht wieder brauche aber luft jetzt eben luft ist jetzt wichtig hier scheiß missen ficker jedes mal siehst du eigentlich das licht von meiner gun keine ahnung aber bei mir knurrt ich weiß nicht ob hinter mir was ist ich komme dir entgegen ich will nicht anhalten weil da bist du weil ich habe nämlich echt keine luft mehr meine luft ist zu ende ich sammle deinen rucksack auf kollege da ist so viel drin das kriegst du glaube ich gar nicht mit alles ich habe das ganze inventar leer jetzt ist mein bild rot du musst es schaffen du musst es 40 140 meter da kommst schon da wichtig kann nicht mehr laufen nein ich möchte dich erlösen ich möchte dich erlösen komm schon was ich erlösen 3 3 komm schon 6 komm zum marathon lauf pecker schlägt sich fantastisch er ist kurz vor der ziellinie mein hier ist hoffentlich ist da noch was drinnen ja ich habe gerade eben aufgefüllt einfach frei und 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 da gibt mir luft wieso geht ihr mir keine luft ich fülle nach ich fülle nach pecker ich habe nachgefüllt nervenkitzel junge ich habe nachgefüllt pecker alles wird gut alles wird gut einmal tief durchatmen schön einmal inhalieren tut gut ne ja habe ich dir die flaschen noch nachgefüllt ja freunde das ist nervenkitzel pur und ich würde sagen die erste aufnahmesession die beenden wie hier an dieser stelle wir haben geilen stuff wir haben überlebt bis jetzt ja also nicht falsch verstehen wie man stirbt dass man das ganze spiel neu starten muss es ist halt einfach ärgerlich dass man dann das ganze zeug wieder einsortieren muss etc vielen dank für eure aufmerksamkeit für euer interesse fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge von empyren galaktik survival pecker schlusswort auf jeden fall auf jeden fall freue mich auf die nächste runde ja gut bis dann tschüss tschüss baut liebe freunde und herzlich kommt zu unserer galaktischen sitzung in empyren galaktik survival immer noch mit pecker ja letztens haben wir das geile raumschiff geplündert und gestürmt ja und jetzt sind wir ganz still und leise hier an unserem kleinen raumschiff ja ja was ist unser nächster plan der plan ist wir ziehen jetzt um ins große rum das heißt wir müssen alles mitnehmen wir nehmen erstmal den konstrukt damit ja genau ein paar haben wir da aber nicht viele ich nehme alles mit alles was reinpasst ja ich packe noch ein bisschen platz sagen wir müssen wohl zweimal auf jeden fall schon du kannst auch noch ein bisschen mehr mitnehmen wenn du dir das auf die position legt für 9876 und so was dann kannst du noch ein paar position mehr mitnehmen ja mach ich was haben wir nicht den fleisch einfach so essen ist doch weiß ich nicht genau das kann sein dass wir dann vergiftung mit warte mal ich versuche es mal aus ja wir haben ja vielleicht jetzt aber wie gesagt es kann sein dass du dich vergift ist und dann haben wir das problem wir haben wir nichts zum heilen ja so ich fühle mal noch mal oxygen nach habe ich ja ich wollte gerade sagen haben wir noch was da dann würde ich auch ja das ist nicht so wichtig ist nicht so richtig wenn man die tanks mit habe ich dann go go und lassen sie mal vorbeischauen bei der bei der wasserpumpe ja ich mache mal ganz das schiff aus damit das nicht ihr strom verbraucht ja ich bin schon mal unterwegs ja möglich schnell rüberkommen hast du ja schon der food er plans erde gefunden um da was hin zu kraften nein du hast du die kann die kann die boxen dafür hast du ja mit die müssten wir da eigentlich hinbauen können wir müssten den bus ein repair und remove tool machen dass wir das einmal abbauen können und wir anbauen können ich sehe dich ich konnte mal entgegen ja da ist und jetzt ab ab die gerade gar nicht viel alter sind dafür monster ja aber alles die guten ja aber pass auf wenn er gleich von dem habe ich mich erschrocken der ist mir um die ecke rum ja so ich bin nicht hinter dir pecker naja ich halte mir die augen offen ich denke uns mal so ein bisschen da vorne ist einer versaut dieses tentakel monster siehst du es ja das kommt auf uns zu pecker richtung neodium ausweichen ja hauptsache wir treffen ich bin wie vorne ist eigentlich alles clear meine stamina ausrunde ja ich habe gerade aufs chip gewechselt ist doch nur ein stück ist dahin ja richtig und das ist nacht ist noch ein woher und glaube ich ja vor uns sind tagelvieh oder links außenrum ja hierbei das ist mitten in der nacht wir hätten warten sollen hier hinten rum pecker da scheint es gut zu sein in dem chat pack hast du auch so ein bisschen noch überblick das monster greift ein anderes an weil sie danach ausgesehen hier müssen wir aufpassen hier sind da sie diese gruben wo die spinnenviecher so nach meinem gefühl immer spawnen okay letztens ja auch bei so einer grube gewesen ja das dicke monster ist da vorne pecker zwei dicke monster mit den tageln vor uns ja bei mir ist ein bisschen dunkel finde ich da vorne so eins ja angreifen hatte noch noch hat es sich gesehen auf der rechten seite ist auch eins durch rennen er rennen ist halt so eine sache da ist so ein wurm das ist genau eins vorm schiff das sind uns sehe ich nicht mehr oder noch eins da vorne ist auch eins becker ja überall welche gerade durch die klingen wieso motor raumschiff ja wo wirst du ich bin jetzt ein bisschen hoch geflogen aber regeln unter dem raumschiff ja du musst ein bisschen hoch du musst hoch fliegen auf der linken seite von dem schiff muss ein bisschen mehr in der erde drin ist auf dem hinteren teil da kannst du rauf fliegen da bin ich drauf hinten rechts ja also hinten links also etwas weiter in der erde drin ist ja ich bin auf diesem bein da leuchtet so eine lampe rot oder was das ist ich weiß nicht wo du bist aber ich bin oben drauf ich würde jetzt den zeigen ja drinnen sind beleuchtung also das ist wenn die energie noch alles sagt da ich meine ich bin jetzt auf dem schiff ganz oben drauf okay muss man gucken ist irgendwo rein kommst das ist so dunkel ich sehe gar nicht ich weiß gerade nicht mal wo der eingang hier ist also ich bin jetzt im raumschiff drinnen also strom haben wir noch ein bisschen licht ist hier auch du bist irgendwo gelandet wo bist du denn jetzt wir müssen unbedingt den konstruktor aufbauen dass wir die station bauen können ja ich habe fast kein food mehr hast du die du hast du die dinge mitgenommen aus den containern die diese notreserven davon waren noch drei stück vor also da kannst du dir ruhig eine von gönnen habe ich ja hast du du hast die kontinier leer gemacht also musst du sie mithaben wo bist du jetzt simon ich habe keine medikits dabei nein keine medikits und so eine gelbe äh essenpackung habe ich nicht dabei sagen wir nicht du hast auch keiner mit wo sind die denn da war drei stück vorhin noch ja ja hier musste hoch hier oben wo ich bin wo bist du da wo bist du jetzt hinten zwischen ich bin hinter dir hier ist der eingang da bist du ja genau kommen mit so und hier ist jetzt kann man sich schon mal ein raum wo die oxygen stations hier kommen das sind unsere lufttanks hier wir brauchen sich an luft auftanken nein nein da brauchen wir eine station für die haben wir aber noch nicht die müssen besser bauen deswegen kommen mit stellen wir erstmal hier irgendwo die konstruktor hin dass wir bauen können oder ja packen irgendwo hier ja stellen wir hin den wo am besten hier die konstruktor dass wir schneller bauen können wie gesagt wir brauchen eine luftstation wir brauchen gleich mal food und alles alter ist das ding groß ja einem also einmal zwei ist der so wird in der mir rot angezeigt weil er keine richtige position hat oder pack die meine container reine gucke ich mir das mal an hast du ja alter der container hat er überhaupt keinen platz ja deswegen gibt es auch mehrere davon so uns mal konstruktor grün und blau weil ist das hier erzählt das jetzt als warte mal ich teste das mal aus kann sein sitzen doch erst eine base aufbauen müssen das wäre natürlich jetzt sehr ärgerlich haben wir noch so ein bisschen gefressen rot und nein das wäre echt ganz leicht war da ja was ich auch sagen die können wir hier nicht reinbauen die konstruktor echt nicht nein dafür brauchen eine base es ist das hier ist es ein lift ähm ja ich weiß aber nicht ob der angeschlossen ist hier ist kein lift kannst du da oben gucken ja ja dann kannst du aber hier das ist nicht so weit so ein lift frame nee nee da ist ein block drüber aber das ist so ein lift frame guck mal der geht hier nach unten also vermute ich mal dass es hier unten weiter geht das raumschiff das problem ist wir können jetzt aber hier nichts weiter machen weil wir den konstruktor nicht haben dafür für dieses raumschiff das zählt jetzt als raumschiff das ding nicht als base okay hier kommst du auch weiter hoch ja wo ist denn das cockpit vorne kommen wir runter die treppe so jetzt gehen wir hier rein genau und dann ganz geradeaus nach vorne durch an dem lift vorbei es ruckelt ganz leicht ja ja ich merke schon hier ist das cockpit das ist das cockpit ja da wo wir jetzt drin stehen ja genau ach scheiße mit dem geheil zu fliegen du halber schiebst du mich da auf die seite jetzt habe ich nämlich diesen scheiß energieversorgung hier hingestellt jetzt müssen wir doch noch so eine energieversorgung bauen das heißt jetzt was für uns dass wir zurück zum schiff müssen mit unseren sachen und da erstmal schnell eine base plattform aufbauen um einen großen konstruktor zu bauen also müssen wir bei unserem schiff die base aufbauen nein wir können auch hier neben der base aufbauen dass wir dann quasi nur zum zum sachen herstellen nach draußen gehen müssen das ist aber scheiße also wenn die base eh neben diesem schiff ist dann ja wir können die ja genau hier neben setzen gleich weißt und dann wie gesagt wenn wir dann den großen konstruktor haben den können wir hier ins schiff reinsetzen dann haben wir hier drin auch einen gut dann was würdest du jetzt vorschlagen dass wir erstmal zum schiff wieder hingehen wir haben ja alles mit oder nicht ich habe fast alles in die container zurückgelegt ja warte mal wir gucken was wir da haben wichtig ist ja diese ganzen baumaterialien weißt ich werde auch die waffen und sowas hier habe ich den container da hinten in dem hier ja nimm mal so langsam baumaterialien mit über die waffen und sowas werde ich dir lassen was für waffen ja ich habe einen shotgun habe ich gefunden ähm was würdest du an ähm ähm ach nachricht ich trinke nochmal einen schluck ja alter echt nervenkitzel gerade hier oh yeah ja so also ich habe auf jeden fall nochmal den small fuel tank der erstmal für die base ganz wichtig dann habe ich schon mal äh den reaktor core also wir können definitiv äh nochmal einen zweiten energieversorgung aufstellen gut dass wir äh ich habe ganz wenig food ja ich auch deswegen äh wie gesagt es gibt so eine gelben packs davon waren vorn drei stück da gut dann müssen wir nochmal zurück ja müssen wir sowieso wir müssen ja dann äh was soll ich hier noch lassen irgendwelche äh fuel packs mal die hälfte noch ja kannst du schon was da reinlegen damit ähm aber wie gesagt wir brauchen ja auch etwas drüben am schiff jetzt okay gut ich bin starker für und dann gehen wir erstmal da genau lassen wir wieder zurück gehen dass wir erstmal da am schiff bisschen äh craften wieder die plattform fertig machen genau und fuck war zu doll aufgeschlagen jetzt ist auch hell für neun stunden jetzt sehen wir auch bisschen was du musst unbedingt zum see was zu essen holen ja definitiv das äh falls ihr irgendwelche tipps habt zu diesem spiel und schon richtige pros seid dann lasst es uns wissen ne falls man sich von irgendwas anderem auch noch ernähren kann außer von den corndogs auf was das man unbedingt achten muss dann schreibt es in die kommentare immer rein da gibt es uns richtig hart also ich muss auch schon sagen der nacht trip ne zum raumschiff der war schon richtig geil mit diesen vielen monster wie die um gingen ne richtig wenn du sie siehst ne wenn du sie natürlich nicht siehst das ist natürlich scheiße da ist so ein zentakel monster hast du wieder eins ja hier unten am wasserloch wollen wir angreifen alles kommt auf uns zu ja easy immer ran da ja wir haben aber eben noch keinen kein kunst äh kein food table wo wir das fleisch halt äh bearbeiten könnten mit das ist ekelhaft das fisch hier haben wir noch ein paar corn box zum essen los und o o o o Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020